Da wirst du porös. Das ist der absolute Wahnsinn. Du wirst gejagt, die Luft ist voller Blei, die Kugeln fliegen dir um die Ohren und wer wirst du? Du schnappst dir dein Board, springst einfach in den Hang. Wenn du dann so dahin slidest, und am Abend die schönste Braut der Welt, dann ist das Backup für jeden Boarder. Das ist Spaß pur. Eigentlich nur noch vergleichbar mit Mäuse erschrecken.